Okay, was macht er? Äh, Sir? Sir, die Kamera ist auf sie gerettet. Okay, ähm, okay, Bro, ich, ähm, er hat einen Popel an. Ey, was ist denn das, Alter? Ist der in irgendeinem Meeting? Ist der, das ist irgendein Bundeskanzler oder sowas? Irgendein Präsid, was weiß ich? Okay, super, klar, ja, alles gut. Er nimmt jetzt ein Tempo raus und beseitigt, er, okay, er nimmt ein Blatt Papier, wo ein wichtiges Dokument drauf ist und tut den Popel da, ich, oh mein Gott, Digga, ich kann nicht... Ah, Digga, ah, Bro, er hat den Popel wieder da reingelegt ins Covert, oh mein Gott. Oh Gott, Bruder, das ist eine Madness, irgendwer wird das öffnen und wird den Popel an sein, ich kann nicht hingucken, Alter, aber das ist das, was wir uns heute anschauen. Versuche nicht wegzugucken, ich wette mit dir um 5 Euro, du wirst es nicht bis zum Ende schaffen, okay? Wenn ihr mal mehr von dem Format sehen wollt, lasst einen Like, da schaffen wir 1000 Likes auf diesem Video, komplett unverdient, let's go, komm. POV, du bringst deinen Roommate... In ein fancy Restaurant, Bro. Ich schwöre, dass er nicht sein könnte, ich schwöre, hätte ich einfach sein können. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay? Warte. Ist das echt? Das... Also ich glaube... Okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass das echt war. Ich glaube, dass der eine Typ sich hingelegt hat, das Bild quasi abgeschnitten hat und dann eine zweite Aufnahme mit einer zweiten Kamera war, die Frau sich hingelegt hat und hat das so zusammengewürfelt, wie wenn die so zusammengewachsen wären. Also es kann natürlich sein, dass es echt ist, aber so wie die rumtun, ich weiß nicht, oder? Ist das echt? Ich habe keine Ahnung. Überkrass. Wenn das aber echt ist, krass. Mad respect, Alter. Okay. Oh Gott, will sie sich was wehtun? Oder? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, was macht die? Okay. Bro, ich... Ah, ich... Oh mein... Oh. Oh. Ähm. Okay. Good. Ja. Ich... Hat jemand zufällig? Weiß jemand... Instagram? Mach nur Spaß. Mach nur Spaß. Falls aber jemand Instagram hat. Schreib mir. Okay. Was machen die? Oh mein Gott, Bro. Ich kann nicht... Au. 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 Nein. Fem. Fem. Bro. Wieso? Wieso? Oh Mann, Alter. Direkt schon wieder verkackt und weggeguckt. Alter, das muss doch so rein zwirbeln, Digga. Das ist so wie prohe Grundschule. Alter, kennst du den Fred, der am Nippel dreht, Digga? Habt ihr das auch gemacht? Nein? Okay, dann bin ich halt absolut uncool. Was kann ich dafür? Boah, muss das wehtun, nur an der Haut hochgezogen zu werden? Ich will's mir gar nicht vorstellen. Digga, ich hab zu Recht weggeguckt. Wer nicht weggeguckt hat, ich weiß nicht auf was für Sachen du stehst. Aber ich will's auch gar nicht weiter wissen. Okay, sie hat gekocht. Was gibt's denn Gutes? Wie dumm. Digga, wie dumm. Was ist ihr Ziel? Wieso gucken die so? Das war doch vorhersehbar. Hä? Bro, der ganze Tisch voll. Heb doch nicht hoch. Was erwartest du, wenn du einen Topf verkehrt rufst? Es ist doch... Das ist doch... Dachte die, die hat nen Kuchen da drunter? Bro, dachte die, die macht backe, backe, Kuchen dreht um und auf einmal steht da so ein fertiger Kuchen, Alter mit Kirschen und Erdbeeren und sonstiges drauf? Bro, du hast ne Suppe, du hast irgendeinen Eintopf gemacht. Es ist doch klar, dass das ausläuft. Läuft! Aufputzen! Mir egal, alles aufputzen lassen. Putz auf! Here comes the Ghost Skater. Er hat keine Ahnung, wie das geht. Ich hinterfrag's nicht. Oh mein Gott, Bro, 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 Bro. Ich kann nicht ihn gucken. Boah, Digga, das ist krass. Er hält einfach den ganzen Typen an so einem Bambus-Ding. Wenn das Bambus umknickt, dann fliegt der runter. Dann ist futsch, ne? Dann ist es vorbei. Alter, Digga, sowas ist so waghalsig. Ich schwör's nicht. Würde ich nie machen. Würde ich nie machen. Wäre ich zu großer Schiss hat, ich steh dazu. Ich bin ehrlich zu euch. Ich wäre zu großer Schiss hat. Aber ich kack mich auch bei Horrorvideos ein, Alter. Jeden Tag, Alter. Komm, wir reden nicht drüber. Okay, was ist denn das jetzt? Okay, super. Sie bekommt irgendwelche... Alles klar. Okay, ich... Also da... Ich hab durchgezogen. Ich hab nicht weggeguckt. Sie hat, weiß ich nicht, irgendeinen Augenprotektor rausbekommen. Also, ganz normales Szenario. Ist nothing special gewesen. Ist einfach ein ganz normales Prozedurin. Hat halt da so einen Schutz drin gehabt. Hat, keine Ahnung, Augen gelasert bekommen oder irgendwie sowas. Super angenehm anzugucken. Sie ist weggerannt, aber ich hab sie endlich wieder gefunden. Okay. Come out. Eine Katze oder was? Bestimmt eine Katze, Digga. Come on. Oh mein Gott, Digga. Hey Kinky, I think you need your baby. Ist es lustig? Nein. Ist es lustig? Nein. Ist es lustig? Nein! Wäre da jetzt eine Babykatze gewesen, dann wäre es süß gewesen. Ja, wieso... Wie ist der da überhaupt reingekommen? Wieso... Wieso ist der Typ in so einem Schnitz hinter so einem Bett? Wieso machst du das? Bro, hast du nichts besseres zu tun? Kannst du nicht ein bisschen Fortnite spielen, Alter? Keine Ahnung. Guck Netflix, Alter. Mach doch nicht so. Erschreck mich doch nicht, Alter. So ein kleiner Alter. Wow. Okay, das ist crazy. Wenn du da gerade rumläufst. Wahnsinn, wie kalt das sein muss. Sieht aber extrem schön aus. Wie wenn das so eine andere Welt wäre. Heftig. Könnte so Star Wars oder sowas sein. Heftig, Mann. Weiß aber jetzt nicht, wo das ist. Könnte Antarktis sein. Der mit seinen Haaren, Alter. Imagine, du bist einfach nur bekannt wegen deinen Haaren. Wenn er einmal seine Haare abrasiert, keiner kennt ihn mehr. Okay. Oh. Er macht die Nase sauber. Wieso macht er die Nase sauber? Ich kann nicht hingucken. Oh. 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 Alter. Ich schwör. Es gibt viele Dinge, die ich in meinem Leben bis jetzt gesehen habe. Aber das ist etwas, auf das hätte ich verzichten können. Die mein Bro einfach hier mit Wasser seine Nase auswischt. Geiler Typ. Danke, dass du das mit uns teilst. Wirklich super geiles Video, Bro. Ja. Ach. Komm. Ey. Ich kann bei Höhen nicht. This is good enough for me right here. Bro. Oh. Ich kann das nicht. Das ist krass. Das ist etwas, was ich nicht könnte. Ich könnte mich niemals da vorne hinsetzen. Ich könnte das nicht. Ich würde, glaube ich, ohnmächtig werden. Für mich ist es richtig schlimm, wenn ich irgendwo weit oben bei dem Hochhaus bin und dann so runter gucke. Oder wenn ich oben stehe und dann auch noch hoch gucke. Das ist für mich richtig, richtig schlimm. Ich packe sowas gar nicht. Oh. Das ist dieser Clip, wo jemand sich so runter fliegen lässt, ne? Mit so... Ach. Bro. Fünf oder die Kuma, boy. Alter, guck mal, wie Wasser abweisen von dem Adler einfach, dass es die Federn sind. Was macht der? Ich habe ein schlechtes Becken. Was macht der? Was macht der? Ich check's nicht. Hä? Bro, ich bin so verwirrt. Magai, was hast du vor? Wollte der die einfach nur klar machen und hat irgendwie gestruggelt? Bro, ich weiß nicht, was dein Plan war, aber egal, was dein Plan war. Du hast versagt. Du hast versagt, mein Dudester. Du hast einfach versagt. Da ist nichts zustande gekommen, Bro. Geh nach Hause. Leg dich hin. Mach was auch immer. Geh aber nicht wieder in den Einkaufsladen. Boah, Digga, das ist wie bei Avatar, diese Blätter. Was? Okay, das war crazy. Das war richtig crazy. Der macht ne Machete, oder was? Ähm. Ich glaube, das sind so Fischreste auf so einem Schiff. Oder halt Fische, die da runter kommen und dann ist einfach mal so eine... Digga, ich hatte voll Schiss, das Tier zu halten. Bro, genau deswegen habt ihr es gesehen, wie ihr reingebissen habt. Genau deswegen hätte ich Schiss. Mich hat es gewundert, dass als der erste Typ, der den genommen hat, dass der nicht so nach hinten geguckt hat und reingezwickt hat auch. Aber, Bro, beim zweiten war ja klar, wenn du seine Beine packst, dann natürlich beißt der hier rein. Alter, was soll der sonst machen? Der hat keine Faust, die er dir geben kann. Der beißt natürlich rein, Alter. Mann, also null IQ-Play von ihm. Oh mein Gott, was ist das für ein großer... Boah, einfach alles kaputt gegangen. Aber irgendwie satisfying gewesen. Ich find's geil, wie der einen schiebt direkt so, ey 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 ey, er will seinen Ball zurück. Die 50 Cent, die hat er nicht einkalkuliert, Alter. Der hat einkalkuliert, die ganzen Leute zu scammen, weil es unmöglich ist zu treffen, Alter, diese paar Rosen, die es da hinten immer zu gewinnen gibt, Alter, kosten 10 Cent. Alle zusammen. Bro, aber den 1 Euro Ball, nee nee nee, den muss er wiederholen, den muss er wiederholen. Aber wo wollte der hinschießen, Digga, Alter. Das war, also, ich hab keine Ahnung, was seine Mission war. Oh mein Herzfeind. Oh mein Gott, wie fest hat die geschlagen? Das war ja crazy. Äh, was macht der? Ich hab keine Ahnung, so. Das ist, warum du keine... Da kommt bestimmt eine Spinne oder so raus. Ich ahne nichts Gutes. Digga, ich ahne nichts Gutes. Ich ahne nichts Gutes. Oh mein Gott, wäh, was ist das? Bro, ich dachte gerade so, da kommt eine Spinne raus. Da war einfach irgendeine eklige Sabberflüssigkeit drin, weil du halt... Es war halt eine Indoor-Camera, also halt was, was du drin installierst. Kannst du natürlich nicht draußen machen, die ist nicht wasserdicht. So, da hat sich irgendeine eklige Flüssigkeit angesammelt, okay. Besser als die Spinne. Ich dachte echt gerade kurz, da kommt irgendwas rausgekrabbelt. Versuche nicht wegzugucken. Man, einige schlimme Clips dabei, einige lustige Clips dabei und einige seltsame Clips dabei. War eine gute Compilation, hat mir Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, um mich zu supporten. Und abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Ihr absoluten Legenden. Bis dann. Tschüss.